Hallo mit Ö und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist MoFo und mit dabei ist nochmal... ...Lively Potato. Nach Lagen. Was soll ich mich jetzt vorstellen? Ja, eigentlich schaden, aber egal. Nach Lagen. So, und wir spielen heute nochmal Bad Boss, beziehungsweise spielen wir... Doch, wir haben schonmal zusammen Bad Boss gespielt und das war die dümmste Runde, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Warte, MoFo. Achso, du bist an meiner Party, ne? Ja, ich bin schon an meiner Party. 4x2, zack, rein da. Babadibu! So, und dann bis gleich in der Runde. So, und da sind wir in der Runde... Wie heißt die Map hier eigentlich nicht? Antique. Ah, Antique, ja. Ähm... Die Map hier... Hattest du mal drüber? Ne, in der letzten Multimalsfolge hat sie nicht, aber in der davor. Ich nicht, ich hab die noch nie, ich kenn die gar nicht. Oh ja, ich hab immer noch diesen Texture Pack Bug. Oh ja, oh. Da haben wir ganz knapp verloren. Wir hatten als zweites unser Bett verloren und hatten noch was gewonnen. Das war krass. Uuuuh, ihr dicken Flicker. Ja. Ja, ich hab immer noch diese... Ich sponne noch mal grob ein, weil sonst hier kann das richtig schnell wechseln. Das ist einfach krank. Hier kann man auch richtig schnell waschen. Ups. Also... Ja, die sind alle schon in der Mitte. Mit den ersten Spitzhacken und so. Wer von euch glaube ich die Potato nicht kennt? Ähm... Ihr kennt mich alle. Jeder kennt mich. Ich hab Mut. Da kommt einer. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh. Hä? Nimm das Gold und verpiss dich. Aua! Er schlägt mich! Hilf mir! Mach ich, mach ich, mach ich. Ich bin doch da. Gelb kommt, gelb kommt. Der kommt, der kommt, der kommt. Hä? Ich hab... Ich bin beim gelben. Der eine ist bei uns. Ok. Ich bin bei... Ich bin bei grün, ich bin bei grün. Oh nein! Oh nein! Was war unser Bett, oder? Nein. Ich hab das Bett von grün abgebaut. Ah, unser Bett ist auch weg. Scheiße. Unser Bett ist auch weg. Ja. Was ist das denn für eine Runde? Ok, warte. Wir sind rot. Bist du bei mir? Ja. Ah, du kommst grad, ne? Hinter mir ist eine. Hinter mir ist eine. Ich hab nichts. Ich hab keine Waffen. Komm. Komm, komm, komm. Verpiss... Ja. Ich hab drei Gold. Das ist das für eine Runde. Ich hab zwei Gold. Ich hab drei Gold. Ok. Meine erste Runde Minecraft seit Ewigkeiten und gleich so ne Scheiße. Oh, wir haben gewonnen! Ach ne, ich hab mich gefüllt. Äh, ich baue mich mal ganz schnell... Soll ich mich ganz schnell zum Eisen bauen? Ja. Äh, ich mach... Pass auf, hier ist ein Loch, das ist etwas doof. Weil bei meinen Bed-Bow-Skills falle ich sonst locker da rein. Ja, Mann. Ich hab nen Bogen. Ok. Gibt's hier Eisen irgendwo bei uns? Ja, ich baue mich grad dahin. Ah, da ist Eisen. Ich bin richtig vorsichtig dahin. Jaja, du Schmucke. Äh. Weil manchmal habe ich einen Faible meiner Sneak-Taste, dass die auf einmal weggeht. Ich kenn das. Dann rutscht man ab. Ist nicht so cool dann. Vor allem, wenn man kein Bett mehr hat. Boah, die Runde ist ja richtig krank, ey. So. So. Mach's mir oft Leder röst und dann mach ich dir auch eben ne Eisenbrustplatte. Äh, yo. Zack, zack. Oh, ich hab zwei Hosen. Warte. Hier, 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 hier. Äh, danke. So, ich hab kein Schwert. Hast du Eisen für'n Schwert? Ne, ne, hol ich eben, aber ich muss erst eben was essen. Ja. So, ich hab halt gesehen. Zack. So. Okay, ich glaub einer kommt schon zu. Ich hab nur noch drei Herzen. Ich glaub der Blaue kommt zu uns. Ne, der ist noch in der Mitte. Gelb und Blau leben noch. Ich bin das, ne? Ähm. Ja, ich hab ihn getroffen. Nein, ich dachte, der fällt runter. Also, der hat, glaube ich, vielleicht heute jetzt ziemlich lange kein Internet gehabt, deswegen hat er jetzt lange kein Minecraft mehr gespielt. Gelb ist bei Grün, Blau und die machen gerade alles kaputt. Er schreibt Hacker. Ähm. Ja, wie schaffe ich ihn? Äh, die Schwert für dich. Ach, nice, danke. So. Äh, ja, für alle, die mich nicht kennen. Hi. Ja. Nein. Äh. Ich mach ne Kiste. So. Okay. Mach noch paar Bräcke. Hä, wozu machst du eigentlich ne Kiste? Weil wenn wir sterben, sind wir hier weg. Scheiße, den hat nicht vorne. Da kommt ein Gelber. Ja, egal. Der kann mir den Klöten lecken. Es ist aber immer so peinlich, wenn die kleinen Kinder besser sind als du. Ah, ha, 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 ha. Er hat's runtergesprungen. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, wow, wow. Wo kam das her? Wo kommt der her? Wo kam der Pfeil her, meinte ich? Oder wollen wir das Gold erstmal weg snacken? Ey, wo ist denn das? Gelb. Nee. Ach, es liegt nur noch Gelb. Okay, okay, weil er meint. Also die Gelben haben nichts. Die haben nichts, die Gelben. Die haben nichts. Der hat nur einen Bogen, der Typ. Der hat keine Rüstung, gar nichts. Da ist Gelb. Da ist doch nicht Gelb. Da ist doch Gelb. Achso, was macht denn der eine Typ da? Weiß ich nicht. Halt mal den anderen von mir fern. Ich kümmere mich mal ganz kurz um den da hinten. Der kauft sich grad irgendwas. Hm. Ich hab ihn jetzt zweimal getroffen. Ja, es ist da hinten hinterm Pfeil. Er baut sich grad zum Eisen. Ja gut, wir könnten zu zweit auf den einen gehen. Komm, lass machen. Ja, aber der hat nen Bogen, oder? Der hinter uns hat nen Bogen, ja. Den hab ich jetzt gleich. Komm, 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 komm. Ich geh in deren Zwang. Scheiße, okay. Okay, ich hab ein Problem. Komm. Ja, ich hab den mit dem Bogen getötet. Ja, aber er hat mich getötet. Oh, toll. Ja, ich dachte, du kommst mit mir. Der eine ist in der Mitte. Ach so, ich bin ja tot. Scheiße. Ähm. Ich kann mir schnell nen Bogen machen. Ich dachte, du kommst mit mir. Der eine ist in der Mitte. Der kommt zu dir. Nee, er geht nach Hause. Schlimm nach Hause. Oh, fuck. Ein bisschen der Base. Ja. Komm schon. Der eine ist rechts von dir. Der hat... Komm schon. Nur nen Stick. Ja, ja. Ja, er ist runtergefallen. Er hat jetzt nichts mehr. Wieso? Hä? Der eine gelbe lebt noch. Oh, hat das Bett noch gar nicht abgebaut? Nein. Oh, fuck. Ich dachte, du hättest das Bett abgebaut. Er hat mich am Spawn getötet. Der ist wieder runtergesprungen. Du geh in Spawn, geh in Spawn. Der hat nichts, der andere. Und der andere steht hinter dir und kommt da nicht mehr raus. Aber er hat nen Bogen. Pass auf. Egal, das schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Gib ihm. Komm schon. Scheiße. Was bist du für ne Muschi? Ich hab ausgesehen die Spitzhacke. Mach kaputt. Der andere rinnt in die Mitte. Ich hab ausgesehen grad jemand die Spitzhacke weg. Beide sind in der Mitte. Hä? Ach, beide sind in der Mitte. Ja. Du Kacke. Aber ich bin Backbitches. Die rennen grad zu unserem Dingens. Ja, juckt ja nicht. Ne, der rennt zu unserem Eisen. Der Gelbe, der versucht sich jetzt Equipment zu holen. Der andere Gelbe ist in der Mitte. Ah, das ist jetzt scheiße, weil ich kann mir... Ich kann jetzt nicht in die Mitte. Weil sonst schießt der mich runter. Du schaffst das. Weil der hat mich schon gut getroffen. Jetzt wo ich grad Zeit dazu hab, fällt mir ein. Ähm. Huch. Huch. Ups. Das heul ich mir gar nicht. Ich heul mich da hinten. Also auf jeden Fall. Er hatte lange keine Instance. Er hat sich jetzt lange keine Videos mehr machen können. Deswegen würd's mich sehr freuen, wenn ihr mal auf seinem Kanal vorbeiguckt. Macht auf jeden Fall coole Videos. Und hat sich bei Suga rausgehauen. Mal wieder. Könnt ihr euch ja mal angucken. Die Suga-Frau gibt's leider bei mir nicht, weil die Aufnahme halt abgekackt ist. Aber sie war witzig. Ja. Ehm. Ja. Warte. Ich hab nur ein Gold. Ich will nicht sterben. Das ist kein Problem. Gib mir mal ein bisschen Gold. Ja, warte. Ich snack's mir in der Mitte. Okay. Ging nicht. Tut mir leid. Anti-Crafter. Der Name ist schon so Anti. Sein Gesicht ist Anti. F***. F***. Ich bin fast tot. F***. 1,5 Herzen. Jetzt komm, mach doch endlich was. Gewinnen oder verlieren. Ja, okay. Ähm. Dann. Ich lass das gleich einfach in die Mitte. Das hat ja sonst keinen Sinn. Ja, tu das. Gib mir. Ja, ich brack ihn ganz kurz bisschen. Ähm. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich gerackt hab. Ach, machst du da echt nen Cut? Ich weiß noch nicht, wenn ich zu faul bin. Ja, dann bin ich nicht zu faul. Ach du Kacke. Wie er dich halt hinter der Wand trifft. Wie geht denn das? Ey, er hat mir gerade gesagt, bitte stehe nicht zwischen zwei Spielern. Ich steh weit hinter dir. Ich steh hinten in dem Bett drin, weißt du? Da wo das Bett ist. Da steh ich drin. Und er schubst mich weg und sagt, steh nicht zwischen zwei Spielern. Scheißspiel. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Da kommt einer. Er baut sich durch. Gib ihm. Du hast verloren. Ja, der hat ein Eisenschwert. Oh. Aber trotzdem, weil die war ziemlich krank am Anfang. Ich würd sagen, wir sehen uns gleich einfach noch ne Runde wieder. Oder bei wie viel? Ach ja, ich darf Penis nicht schreiben. Ernsthaft, er schreibt GGE. Oh, Report. Report. Früher hab ich sowas reportet. Äh, so. Ja, das ist nicht traurig sowas. Also schreib sowas nicht. Es werden immerhin, ich hätte die fast alleine noch genommen. Also das ist traurig für die. Ja, ja, genau. Ähm. Deswegen würd ich dann einfach sagen, wir sehen uns gleich in der nächste Runde wieder. Wieso nächste Runde? Oh mein Gott, nein. Wir sind bei 12 Minuten. Achso, ne. Dann sehen wir uns nicht in der nächsten Runde. Dann würd ich jetzt sagen, wenns euch gefallen hat, lasst doch eine positive Erdung da. Bucht auf jeden Fall mal bei Lovely Potato vorbei. Ist die erste Läge hier im Schreiben. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.